Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichter Weisheit. Letzter Schluss. Heute geht es um ein Projekt, was ich so privat mache. Ich habe vor einiger Zeit mir so ein gebrauchtes Lenovo Tablet ThinkPad 10 im 10 Zoll Format mal gekauft von der Resterampe. Und ja, das Windows 10, was da drauf war, hat mich nicht interessiert. Von daher habe ich es sofort runtergeschmissen und mir ein Debian drauf installiert und mit KDE Plasma als Oberfläche, als Desktop dazu. Und die Frage, lohnt sich das? Darum soll es heute gehen. Und wenn ihr zufälligerweise auch so ein Gerät rumliegen haben solltet oder jetzt vielleicht günstig irgendwo gebraucht kaufen sollen, wollen, würdet, dann könnt ihr auch sehen, wie ich das da drauf installiert habe. Schauen wir uns erstmal an, was da so überhaupt drin steckt. Also das ist kein besonders neues Modell. Also die Technik, die da drin ist, relativ gut abgehangen. Da ist so ein Intel Atom irgendwas hier mit vier Kernen drin, mit 1,6 GHz, 4 GB RAM haben wir. Eine SSD mit 64 GB, die ist auch schon mit drin. Und der Bildschirm, da hat hier eine 16 zu 10 Auflösung. Also das Ding ist schon relativ hoch auflösend für dieses Format. Hat natürlich typisch so ein Touch-Dings, also mit den Fingern wischt er drauf rum. Und USB 2 haben wir einen normal großen Port drin. Dann gibt es noch Micro HDMI, kann man direkt anschließen über das Tablet, irgendwie ein Monitor, also ohne irgendwie Docking Station, die gibt es auch noch. Dann haben wir hier so eine 3,5 mm Kombiklinke für Kopfhörer und Headset, ein Micro SD Steckkartenplatz und Lautsprecher, die eher so naja sind, einen Schwerkraftsensor. Also wenn ihr das Tablet dreht, dann dreht sich auch der Desktop, also vom eher breiteren Format ins Hochkantformat, je nachdem wie das Ding gerade gedreht ist. Dann gab es dazu auch gleich noch eine Docking Station, die bringt noch ein paar mehr Ports mit, also dreimal USB 3 sogar. Dann HDMI in normaler Größe, RJ45, also eine normale Netzwerkschnittstelle für ein LAN-Kabel. Und wir haben da auch nochmal 3,5 mm Klinke, also da könnt ihr auf ihren Kopfhörer reinstecken. Also das gibt es so in so einem Bundle, jeweils in dem, wie ich es gekauft habe und das steckt da so drin. Ja, wie wird man jetzt da dieses Windows, was davor installiert ist, los? Also man installiert was anderes. Und ich dachte erst mal, ich nehme hier QVS in der Aquarius Edition mit Plasma, also mit KDE mit dazu und das Ding heißt auch noch Live. Also das ist so ein ISO, was ihr runterladen könnt und das könnt ihr auf einen USB-Stick schreiben und dann dieses Tablet auch darüber booten. Also das Ganze natürlich in eine Docking Station stecken, damit ihr die ganze Zeit auch eine Stromversorgung dran habt. Also vielleicht gibt es auch ein Netzteil, was direkt ins Tablet passt, war jetzt in meinem Bundle nicht mit dabei. Also von daher musste ich schon die Docking Station nehmen. Und dort habe ich mir eine USB-Tastatur noch mit angeschlossen, damit ich auch tippen kann. Und dann kann man mit dem Lautstärke-Knopf, das ist so ein kombinierter Laut-Leise-Knopf mit Plus und Minus, wenn man die zusammendrückt, kommt man ins Boot-Menü, wenn man das Tablet startet oder wenn man eine Tastatur angeschlossen hat, kann man auch F12 drücken. Und dann sieht man sehr PC-mäßig so ein Boot-Menü und kann ein Boot-Medium auswählen. Und wenn ihr da jetzt diesen USB-Stick mit irgendwas vorbereitet habt, zum Beispiel mit dem hier, dann könnt ihr davon booten. Und der Rest ist wirklich so, wie man es von einem x86-System so kennt. Also man klickt sich so durch, durch so eine Installation und hinterher ist es dann auf der Platte oder in diesem Fall natürlich auf der internen SSD. Während der Installation würde ich auch noch empfehlen, das Gerät über ein LAN-Kabel anzuschließen. Dann lässt sich das auch schneller aktualisieren, wenn Pakete runtergeladen werden. Denn das ist das Nächste, was ihr machen solltet, beziehungsweise was ich auch gemacht habe. Über das Installationssystem von dem Q4OS kommt ein Plasma-Desktop mit so ein paar Voreinstellungen mit, der sich so verhält wie ein normaler Plasma-Desktop, den ihr auf dem PC installiert. Also ein ganz normaler Desktop letztendlich. Da nehme ich mir die Konsole oder ein anderes Terminal, aber Konsole mit K schon vorinstalliert und dann aktualisiere ich erstmal die Software, der auf dem System drauf ist. Mit einem hier apt-get-update, da hole ich mir die aktualisierte Liste aus dem Internet, welche Pakete das gibt. Und mit einem apt-get-dist-upgrade installiere ich dann die aktualisierten Versionen von den Paketen. Dafür brauche ich natürlich auch Root-Rechte. Ja, ich habe dann ja immer noch diesen normalen KDE-Desktop. Ich möchte aber diesen Tablet-Modus haben. Der ist so ein bisschen anders. Der ist wirklich darauf ausgelegt, dass man den auch mit einem Tablet-Gerät, also sowas, was ich da habe, benutzen kann. Da sind dann solche Sachen dabei, wie so eine Bildschirm-Tastatur, dass sich der Desktop dreht, wenn ich das Tablet drehe. Also dass es quasi immer gleich bleibt an der richtigen Position. Und dann, ja, Hochkant- und Querformat sich wechselt, wie auch das sein soll. Und, ja, ein paar andere Dinge, damit das funktioniert. Also sowas wie Rechtsklick gibt es natürlich auf dem Tablet nicht. Von daher wird da auch so ein bisschen umkonfiguriert. Damit wir diesen Tablet-Modus kriegen, brauchen wir hier wieder ein paar Pakete. Diese hier. Und, ja, über apt-install-y wird das installiert, diese ganze Paketliste. Und dann ist das da drauf. Dieses Malid, das ist diese Bildschirm-Tastatur. Da gibt es hier Mobile Tweaks. Irgendwas, damit das besser funktioniert. Nochmal Plasma Mobile. So ein Spezial-Modus dafür. Und diesen Konfigurations-Dialog, wo man verschiedene Sachen einstellen kann. Den brauchen wir auch noch mit dazu. Ja, genau. Also danach haben wir schon mal das installiert, was wir so brauchen für diesen Tablet-Modus. Dann müssen wir den allerdings auch noch wirklich verwenden. Also einmal abmelden von dem KDE und wieder neu anmelden. Und beim Anmelde-Bildschirm auswählen Plasma Mobile und Wayland. Kommen wir zum größten Problem von der ganzen Sache. Das ist nämlich nicht irgendwie die Hardware oder so. Die funktioniert wirklich. Also bis auf die Kameras da drin, wo ich auch nicht wirklich Lust drauf hatte, nochmal rumzuprobieren, ob es funktioniert. Also die wollte ich ja auch eigentlich überhaupt nicht benutzen. Das war mir egal. Funktioniert die Hardware, die ich jetzt da vorgestellt habe oder die in der Liste drin war, komplett? Das Problem ist leider die virtuelle Tastatur. Also sie ist Malid. Und das ist derzeit leider die beste Option. Das ist blöd, aber es ist leider so. Also mit dem KDE Plasma, man braucht wirklich den Wayland-Modus. Sonst funktionieren diese Wischgesten nicht so richtig. Also unter dem X-Org-Modus ist das nicht so super. Also Wayland ist schon die bessere Option dafür. Aber die Malid-Tastatur, die hat so ein paar Nachteile. Also irgendwie ist immer ein Ziffernblock aktiviert, sodass sich ein Punkt nicht eingeben lässt. Also egal, wo ich die virtuelle Punkt-Taste drücke, ich bekomme immer einen Doppelpunkt. Man kann in der Konfiguration, also über dieses KDE Plasma Konfigurationszentrum oder wie auch immer das Ding heißt, sagen, der Ziffernblock soll bitte aus sein. Dann bekommt man allerdings immer einen Punkt im Gegensatz zum Doppelpunkt. Also das funktioniert irgendwie nicht, obwohl es dafür auch Tasten gibt. Ein weiterer Nachteil bei dieser virtuellen Tastatur ist, dass es keine Tasten für STRG, Alt, Alt-GR, Tabulator, die Pfeiltasten und so weiter und so fort gibt. Die fehlen einfach. Und an vielen Stellen wäre es gut, wenn man sie hätte. Also die Konsole, die ich da habe, die kann ich auch verwenden, bis auf die Anschränkung von hier oben. Und wenn ich jetzt Kombinationen haben möchte aus STRG und C zum Beispiel, ich möchte ein laufendes Programm abbrechen. Zum Beispiel, wenn ich Ping auf irgendwas mache, das möchte ich irgendwann mal abbrechen, dann kann ich das nicht, weil ich kein STRG habe. Ja, schade. Dann fällt die Tastatur auch erstmal auf Englisch aus der Tüte. Auch wenn der Desktop überwiegend eingedeutscht ist und irgendwo auch eingestellt ist, dass es eigentlich eine deutsche Tastatur ist. Aber das zählt leider nicht für den Malit hier oder für die Malit-Tastatur. Da muss man über G-Settings ein bisschen was einstellen. Erstmal hier die Sprachen aktivieren, die überhaupt verwendet werden sollen. Also DE für Deutsch und Emojis kann man auch noch aktivieren. Und dann im zweiten Schritt sagt man hier, dass es jetzt auch wirklich verwendet werden soll. Ein weiterer Nachteil von dieser virtuellen Tastatur ist, dass die eine Autovervollständigung hat, die so ein bisschen übergriffig ist. Wenn ich jetzt in der Konsole Ping eingebe, dann brauche ich dann nachher so ein Leerzeichen. Also ich drücke auf die Leertaste und dann macht man die Autovervollständigung daraus Sing. Ja, super. Das kriegt man vielleicht irgendwie anders auch noch weg. Aber eigentlich möchte ich überhaupt keine Autovervollständigung. Jedenfalls nicht in dieser Art und Weise. Was ich auf der Konsole natürlich gerne hätte, wäre die Tabulator-Taste. So, dass mir Dateinamen, Verzeichnisnamen oder auch Kommandozeilen, Programmparameter erweitert werden, so wie es sein soll. Aber eben nicht mit dieser Autovervollständigung, wie sie diese Mali-Tastatur vorsieht. Ja, also von daher deaktiviere ich diese Autovervollständigung wiederum über G-Settings. Damit ich das einfach los bin. Nachdem ich so meine grundlegende Einrichtung gemacht habe, möchte ich eigentlich auch, dass dieses Tablet hochfährt. Nicht erstmal so einen Anmeldebildschirm macht, also ein SDDM-Anmeldemanager ist das in meinem Fall. Sondern meinen Hauptbenutzer schon mal anmeldet und auch sofort diese mobile Plasma-Sitzung startet. Das mache ich, indem ich hier die ETC-SDDM-Conf anpasse. Ich füge dort einen neuen Block ein, beziehungsweise ich baue den um. Also Session gleich Plasma. Das steht schon drin. Höchstwahrscheinlich baue ich auch. Das wäre der normale KDE-Desktop. Das kommentiert ihr aus über so eine Route davor und schreibt das hier hin. Also Session gleich Plasma minus Mobile. Damit ihr auch wirklich diese Tablet-Version von KDE-Plasma habt. Dann kommt auch noch dazu, welcher Benutzer standenmäßig angemeldet sein soll. Das ist der Benutzer, den ihr verwendet, mit dem ihr euch in dem Installationsdialog von dem Q4OS auch eingetragen habt. Also User gleich und dann kommt der Benutzername. Dann stimmte das mit der Sprache noch nicht so richtig. Von daher habe ich in die ETC-Profile noch ein bisschen was eingetragen. Nämlich hier ein Export-LC-All und dann die Spracheinstellung, also dass ich Deutsch haben möchte und UTF-8. Und über den Echo-Befehl wird das ganze Zeug hier genommen, bis da und an die Datei angehängt. Dann war es schon mal ein bisschen deutscher insgesamt. Ja, damit sind wir allerdings noch nicht durch, denn wir haben auch noch ein paar Pakete drauf, die ich nicht haben wollte, die ich eigentlich bei sehr vielen Systemen auch deinstalliere. So, jetzt auch nochmal so, dass es ohne Scrollen draufpasst. Also ich entferne Avahi, den Avahi-Demon. Das ist so ein Demon, der im Hintergrund IP-Adressen auswürfelt, versucht mit anderen Systemen zu kommunizieren, sodass das ohne den DHCP-Server läuft und so. Dieses Dings, ja, also das macht in meinen Fällen eigentlich immer mehr Probleme, als was es nützt. Von daher schmeiße ich den normalerweise auch weg. Dann einmal Dinge, die ich auf dem Tablet eigentlich auch nicht haben möchte, die im Hintergrund laufen. Also so ein Druckserver, ein Caps-Druckserver mit zusätzlichen Paketen, die noch mit dazugehören. Also ich möchte von dem Gerät auch nicht drucken. Und ja, da die Hardware jetzt noch nicht so performant ist, nicht so viel RAM hat und so weiter, habe ich gedacht, ne gut, Druckserver, der kann weg. Spare ich ein bisschen Platz dabei, im Hintergrund läuft ein Prozess weniger und so weiter. Also das schmeiße ich weg. Wenn ihr von dem Gerät wirklich drucken wollt, lasst das natürlich bleiben. Genauso mit Samba-Komponenten, also ich möchte nicht über Samba irgendwo drauf zugreifen. Ich möchte keinen Samba-Server auf dem Gerät haben, also das kommt auch weg. Und danach entferne ich noch die Abhängigkeiten, also Pakete, die nicht mehr gebraucht werden. Nachdem diese Pakete entfernt wurden, die können auch nochmal mit weg. Nachdem ich so diese Grundeinrichtung gemacht habe und mehr oder weniger zu dem Beschluss gekommen bin, was ich damit machen will oder was man damit überhaupt so machen kann, ohne irgendwelche Krämpfe, bin ich dazu gekommen, naja, also man kann damit so ein bisschen im Internet browsen. Da fette ich ganz gerne den Brave Browser. Der hat ein paar Vorteile zum Firefox, gerade was jetzt hier so diese Touch-Bedienung angeht. Und das funktioniert deutlich besser als ein Firefox. Ihr könnt auch den Chromium verwenden, der sich aus dem Paket-Repo installieren lässt. Aber Brave hat so ein paar Vorteile noch, die ich irgendwie immer ganz nett finde. Also von daher nehme ich dem sowas wie ein integrierter Tor-Modus. Tolle Sache, wenn ihr euch nicht unbedingt ständig ausspionieren lassen möchtet von irgendwelchen Werbennetzen. Also noch ein paar Sachen mit dazu. Dann Events, um PDFs anzugucken. Das geht auch ganz gut, nur mit Touch. Hat an einer Stelle so einen Glitch, wie auch immer, dass das nicht so ganz funktioniert. Ich weiß nicht, ob es so an Wayland liegt. Man kriegt es irgendwann hin, dass die Darstellung nicht mehr richtig stimmt. Also irgendwie verschiebt sich der ganze Bildschirminhalt von linker Rand. Und da müsste ja auch der Desktop am linken Rand auch zu Ende sein. Aber dann verschiebt sich das irgendwie in die Mitte und die Farben werden so durchgewürfelt. Also das habe ich schon ein paar Mal gehabt, aber nur mit Events. Also ich weiß nicht, was Events da macht. Und manchmal habe ich es hinterher durch schnelles Wischen in die Gegenseite wieder hingekriegt. Aber irgendwie, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Events scheint da irgendwie so einen Fehler auszulösen, der im Grafik-Stack von Wayland irgendwas tut, was nicht richtig ist. Aber prinzipiell kann man damit PDF-Dokumente betrachten. Und ja, also dieser Fehler tritt jetzt auch nicht so häufig auf. Also ja, probiert es aus. Nehmt vielleicht was anderes. Okula hatte ich mir auch angeguckt. Der ist touchmäßig deutlich schlechter und auch von der Geschwindigkeit her. Also Events beim Öffnen oder Scrollen von Dokumenten im Gegensatz zu Okula. Also da liegen wirklich Welten zwischen. Also so ungefähr Faktor 5 würde ich jetzt mal schätzen. Also vielleicht sogar Faktor 10. Also das eine, das schläft so ein. Und das andere, das geht einfach fluffig durch. Dann für Dokumente, die nicht im PDF-Format sind, sondern EPUB sind, nämlich Calibre. Geht wunderbar. Habe ich keine Probleme mitgehabt. Wenn ihr mit dem Tablet Bücher lesen wollt oder irgendwie farbige Dokumente, wofür ich das Gerät auch wirklich überwiegend verwende, dann kann man im Dolphin das so einstellen, dass die Icons für bekannte Dateien, also wie für PDF, EPUB und Co. relativ groß sind und dass sie die Vorschau enthalten. Und dann muss man auch nicht so genau auf ein Dokument drauf tippen, damit man es öffnet. Also von daher, das funktioniert ganz gut. Aber man braucht eben diese KIO Extras, sonst gibt es keine Vorschau-Bilder. Da habe ich denn hier meinen Dolphin mit den Sachen, die ich ja angucken möchte. Also da gammelt auch noch dieses KRDP Flatpak-Garaffe rum. So, jetzt habe ich ja mein E-Book verzeihen. Und wie man da sieht, da sind schon so Vorschau-Bilder. Da habe ich nämlich mal ein paar PDFs reingeschmissen und wenn ich da jetzt draufgehe mit dem Finger, dann sind dort verschiedene Dokumente, die ich gemacht habe. Einmal hier M23 Features von PDF, was ist M23 und meine Dokumentation, Administration von Debian und Co. im Textmodus. Das habe ich da drauf. Und wenn ich jetzt was antippe, wenn ich jetzt, ach ist eigentlich egal, nehme ich mal das mittlere. So. Und dann dauert das ein bisschen, dann öffnet sich das in Events. Dann habe ich da diesen Pfeil nach oben, damit das auch Vollbild wird. Ja, und man kriegt das sogar hin, dass das einmal komplett abstürzt. Hm, das hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Dann für die Paketverwaltung nehme ich einmal Synaptic. Das ist so ein bisschen komplizierter. Ja, und daneben gibt es auch noch Discover. Also Discover ist irgendwie einfacher, so ein bisschen zu bedienen. Das ist insgesamt auch so ein bisschen größer. Also man kann Dinge leichter antippen als bei Synaptic, wobei Synaptic eher das, ja, professionellere ist. Also damit kann man Dinge leichter finden, leichter installieren und so. Also von daher habe ich beide drauf. Als Terminal nehme ich hier Konsole, also die KDE-Konsole. Die funktioniert bis auf, ja, die Punkte mit der virtuellen Tastatur. Aber prinzipiell funktioniert es ganz gut. Ja, wenn man das ganze Zeug denn installieren möchte, dann macht er das hier drüber. Ich habe das schon mal zusammengestellt. Da sind die ganzen Anwendungen bei. Und es waren auch nochmal zusätzliche Pakete für Deutsch und für KDE mit installiert. Kann ja nicht schaden. Und was ich auch noch installiert habe, das ist dieses F2FS. Also das ist ein Dateisystem, was darauf ausgelegt ist, dass es möglichst schonend mit Flash-Speicher umgeht. Also das ist Flash-Friendly File System. Und das dachte ich mir, installiere ich da drauf mal, damit ich auch diese Programme habe, um SD-Karte zu formatieren. Ich dachte, ich probiere das mal aus. Also es funktioniert. Ich habe bis jetzt keine Nachteile dabei gesehen. Und ja, keine Ahnung. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal ein Video dazu, wenn ich denn nach zwei Jahren oder so herausgefunden habe, naja, war vielleicht doch nicht so gut. Oder meine Erfahrungen sind gut gewesen mit diesem Dateisystem. Ja, und wenn ich am Ende auch noch den Okular, den Dokumentenbetrachter von KDE loswerden möchte, mache ich das hier rüber, damit einmal Speicherplatz gespart wird. Und zum anderen, damit KDE bzw. Dolphin nicht standardmäßig PDFs, EPUB usw. mit Okular öffnet, sondern mit einer anderen Anwendung. Man kann in dem Kontrollzentrum von KDE auch umkonfigurieren, sodass man sagen kann, naja, diesen Dateityp möchte ich schon mit Okular öffnen, aber den anderen denn doch lieber mit EWINs kann man machen. Aber ich wollte sowieso Okular nicht haben. Also es hat mich nie überzeugt. Dann so ein bisschen mein Fazit. Also was geht überhaupt so Hardware-mäßig? Also Bildschirmrotation funktioniert. Bild und Ton geht auch. WLAN geht, LAN geht. Was geht wiederum nicht? Also die virtuelle Tastatur ist wirklich das größte Manko an dem Dings. Webcam kriegt man vielleicht noch irgendwie hin. Hat mich jetzt nicht großartig interessiert. Und so andere Sachen wie Kopieren, Einfügen, das ist eher so Glückssache. Das kann gehen, kann nicht gehen. Je nachdem, was das für eine Anwendung ist. Bei einigen klappt das, bei anderen nicht. Ja, dann, was ich schon meinte, dieser Grafikfehler beim Wischen in EWINs, keine Ahnung, muss irgendwie ein tiefgehendes Problem sein. Dieses Q4 OS, was ich installiert habe, das basiert auf dem Debian 12. Und da dachte ich mir, naja gut, probieren wir mal aus, wie das ist, wenn ich jetzt ein Debian Testing bzw. ein Trixi nehme. Also Trixi ist Debian 13, was noch nicht released wurde. Und das ist im Moment der Testing-Zweig von Debian, wenn ich darauf einfach mal aktualisiere. Nachdem ich das gemacht habe, sind natürlich ganz viele neue Pakete mit dazugekommen, beziehungsweise alte wurden durch neuere ersetzt. Also ich habe neuere Versionen von Software mit da drauf. Und gefühlt ist das auch besser geworden. Also dieser Grafikfehler tritt weniger häufig auf. Aber der lässt sich auch nicht so wirklich zuverlässig reproduzieren. Also der trat manchmal sehr schnell nach dem Öffnen vom PDF auf, dann wiederum lange Zeit gar nicht. Und also das ist ziemlich zufällig, wie der auftritt. Also wenn man jetzt eine längere Studie darüber macht, kann man wahrscheinlich so einen Mittelwert machen und kriegt hinterher raus, naja, vielleicht ist es unter dem Debian Testing doch ein Tick besser oder auch nicht. Also es ist wirklich reiner Zufall, kann was gebracht haben oder auch nicht. Wofür nutze ich das Ganze? Fürs Surfen. Allerdings aufgrund dieser Beschränkung mit der virtuellen Tastatur nur für Webseiten, die ich in Lesezeichen abgespeichert habe. Und fürs Betrachten von farbigen Dokumenten. Ja, also das sind so meine Anwendungsfälle dafür. Das funktioniert gut für diese Fälle. Und ja, die Auflösung ist gut. Ich kann die Helligkeit sehr gut einstellen und so weiter. Also das ist insofern ein Farblesegerät für mich, was auch ein bisschen Internet kann. Ja, also von daher ist das okay für mich. Mehr habe ich eigentlich auch damit nicht vorgehabt. Wenn ich wirklich arbeiten will, brauche ich wirklich Maus und Tastatur. Also dieses Gewische finde ich eher auch etwas lästig und ist nicht so mein Fall. Von daher für mich Missionen erfüllt. Wenn ihr jetzt einen vollwertigen Ersatz für ein Android-Tablet oder sowas erwartet, dann werdet ihr auf jeden Fall komplett enttäuscht sein. Und viele von den Anwendungen, die ihr vielleicht vom Desktop her so kennt, die werden dort auch nicht so gut laufen. Einmal, weil das Gerät schon so ein bisschen angestaubt ist. Und zum anderen, weil es nicht darauf ausgelegt ist, dass man es nur mit Touch bedienen kann. Also es ist ja letztendlich wie eine Maus, bei der bloß die linke Maustaste da ist. So stellt sich das für viele Programme halt dar. Das war es denn für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Und ihr habt einen solchen Einblick dazu gewonnen, was man aktuell mit einem Tablet unter Linux machen kann. Wobei ja x86 als Tablet auch schon relativ exotisch ist. Ja, also einfach mal so eine Momentaufnahme, was da geht, was man machen kann, weil man jetzt kein Standard-Tablet-Betriebssystem, was der Hersteller mit dazu gibt, also so ein Android-irgendwas mit dazu packt, was man damit so machen kann. Ja, macht es nach, macht es nicht nach. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss.